Go get! Hallo, 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 was geht ab? Herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge SG. Und ja, heute mal eine Art Challenge. Und zwar möchte ich heute versuchen, so wenig wie möglich Kisten zu öffnen und so viel wie möglich zu killen. Das heißt, mehr auf Spieler sich zu konzentrieren. Das ist heute meine erste Runde. Also jetzt gerade ist es meine erste Runde. Das heißt, wundert euch nicht, warum das gerade so ein wenig verplant sein könnte. Und ja, Shader also erstmal raus und nachherein. So, kommen wir, dass wir das jetzt erstmal hinkriegen. Wir müssen natürlich jetzt darauf hoffen, dass wir eine Anfangskiste in Schwert oder sowas bekommen. Weil wenn wir das nicht haben, dann ist es auf jeden Fall für den Arsch. Und Leute, ich habe jetzt Ferien. Das heißt, jetzt kommen auch wieder regelmäßig Streams. Doch, das war es doch eigentlich schon an den Änderungen, sozusagen. Und ja, nebenbei läuft noch ein Video ab. Und deswegen schätze ich mal, dass mein Ping ziemlich am Arsch ist. Ja, natürlich. So. Gucken wir mal, was da jetzt rausgeht. Weil mit schlechten Ping, wenn man so richtig laggt, ist es natürlich nicht so krass geil. Okay, direkt mal ein Schwert gegönnt. Und ihr merkt schon die Spielerlängen entweder des Todes oder... Ähm... Ich bin einfach gerade nicht direkt losgerannt. So. Jetzt muss ich erstmal ein paar Leute suchen. Alles klar. So, erstmal direkt jetzt mal instant... Ein paar Leute suchen. Oh shit, ich glaube, ich werde sogar noch verbrennen. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Oh, fuck. Okay, aber direkt mal ein Kill gesnackt. Das heißt, es fängt schon mal gut an. Okay, und da haben wir nochmal ein bisschen Rüstung. So, jetzt haben wir zwei Kisten geöffnet und einen Spieler gekillt. Jetzt muss ich natürlich erstmal ein bisschen ringen. Und zwar, dafür brauche ich schon ein bisschen Essen. Weil ich habe... Ne, ich habe sogar Essen. Ich bin tot. Oder auch nicht. Hey, lol, der rennt einfach an mir vorbei. Okay, weil, da renne ich mir auch hinterher. Da ist er. Ah, deswegen ist er weggerannt. Der hat einfach nur Müll. Okay, versuchen wir gleich mal den nächsten Kill zu machen. Hä? Da seht ihr schon mal meine Legs sind auf jeden Fall real. Komm. Da ist noch einer. Die wüssten anscheinend nicht, wo die Kisten hier sind. So, zack. Und, äh... Dann müssen wir schon mal zwei Kills. Sind noch vier Spieler nur noch da. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen rasieren. Direkt mal zum nächsten gehen. Und versuchen wir uns den zu gönnen. Ist das ein Team? Sind wir ein Team? Ist das ein Team? Ist das ein Team? Ist das ein Team? Nein. Ja, die kämpfen, die kämpfen. Ja, shit, Alter. Jetzt hat den natürlich unseren Kill, den wir eigentlich hätten machen sollen. So, den haben wir aber. Äh... Rod. Die zwei. Damit das nicht mehr so krass pingabhängig ist. So, das geht doch eigentlich schon. Die Runde finde ich auf jeden Fall steht schon mal als recht geil. Hier ist noch mal einer. So, und die hatten wir auch. Und dann haben wir das Spiel gewonnen. Alles klar. Okay, so eine Runde war. Das ist auf jeden Fall recht nice Runde. Vier Kills. Versuchen wir das gleich nochmal zu machen. Und, äh, für die Leute, die immer sagen, Ja, du machst ja immer so langweilige Runden und was weiß ich. Ja, eigentlich jetzt, äh, versuche ich das mal so ein bisschen anders zu machen. Obwohl ich ja eigentlich immer so ziemlich viel Wert auf das Entertainment lege. Was ich jetzt versuche, so ein bisschen zu verpacken. Also, halt labern und was weiß ich noch alles mit. Ähm, sehr nicem Gameplay. Und, ja, das, äh, hoffe ich, hier kriege ich jetzt hin. Nur ich mache das jetzt nicht mit Shader Grad, weil, äh, ja, das ist nicht die geiste, äh, Methode jetzt hier zu zocken. Und ich glaube, ich muss mal meine, äh, Sachen, ja, so schaut, minus, ich war jetzt nicht so viel. Ja, ihr gesagt, Ferien habe ich jetzt voll geil. Megast. Nice. Und, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich muss mal im Kuss was checken, ob wir die Kamera machen wollen. Ja, perfekt. Das ist immer toll. Was macht, ist immer nice, wenn die Kamera noch läuft. Weil, äh, ja, mir ist es schon oft genug passiert, dass die Kamera einfach ausgeht, weil, bei Kenneth ist da so ein richtig geiler, äh, ja, Modus. Der geht einfach, die Kamera schaltet sich einfach ab. Wenn ich jetzt weggehen würde, würde die einfach ausgehen. Ähm, richtig unnüßig. Aber, äh, ja, ist auf jeden Fall toll. Deswegen bei den Community-Time-Videos, wenn ich einfach mal, einfach mal weggehe vom Stuhl, ne? Was ja leider etwas öfter passiert ist, oh Gott, mein Hass mit. Dann, äh, geht hier einfach aus. Also, was soll das? Mann, Mann. Auf jeden Fall. Ja, nice, Mann. Okay, wir haben ein Schwert bekommen. Lege ich schon mal direkt mal auf die Eins und verfolge den Dude-Tier. Okay, der checkt nicht, wo es lang geht. Ich auch nicht. Weil ich kenne die Map einfach überhaupt nicht. Zehn die Kunden, Schutz sei zu Ende. Also versuchen wir mal direkt mal hier den ersten zu snacken. Boah, ich gönne mir auf jeden Fall das Deluxe, alter Vater. Das geht ja gar nicht. So. Ich meine, von FPS und so geht das ja, aber... Boah, shit. Das geht ja gar nicht. Mein Ping ist auf jeden Fall am Abscheißen des Todes. Aber trotzdem gewinnen wir relativ häufig. Das ist eigentlich schon was heißt. Hä, jetzt schon nur noch vier Spieler? Was zur Hölle? Da müssen wir uns natürlich jetzt ein bisschen beeilen und... Da ist einer. Boah, Mann, die Lecks. Ja, geil, und da fühlen sich einer nice one. Gefällt mir. So, jetzt noch die anderen. Der andere Typ war auf jeden Fall vor noch bei uns in der Runde, das weiß ich. Weil ich kotzt die... Ich kotze es an, wenn niemand in der Runde irgendwas macht und nicht mehr für immer vergessen, meine Tür zu zu machen. Ja, so. Okay, boah, ich wurde zurückgebackt, hab ich das gesehen. Alter Vater. Ich muss echt aufpassen, jetzt auf jedes, auf jedes, alles klar. Ich brauche Essen, scheiße. Ich brauche dringend essen. Ja, hier ist jemand gestorben. So. Scheiße, Mann. Ich habe einfach kein Essen. Äh, kein... Wo sind denn die Spieler hin? Die verstecken sich oder verkämpfen sich irgendwo. Let's neither walk the... Fuck up. Oh shit, Alter. So was hasse ich hier eigentlich richtig hart, ne? Eigentlich meine ich sowas immer. Ach, komm. Jetzt... Ja, ein Ficker. Okay, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt wird's witzig. Und ich habe einfach nichts, außer so'n komischen Helm. Okay, angeblich ist hier direkt eine... Oh lol. Ich glaube, hier ist jemand auf der Insel. Ne, die ist da hinten. Da soll ich sehen. Oh, geil, jetzt. Nice and stuff for uns. Okay, shit. Oh, ein halbes Gas. Oh, scheiße. Okay, ähm... Erstmal Goldaufel. Äh, obwohl, ne. Wäre ich noch so schnell? Hm, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, mal gucken. Boah, das sind richtig geile Runde im Moment. Zwar auch... Äh, das ist einfach so ein Schwierigkeitsgrad mit diesem... Dings hier, wie heißt es? Ja, ping, aber... Juckt nicht. King ist auch so hin. Oh, scheiße, Mann. Nee, wir haben einfach so ein Drecks-Equip. Zwei, drei, vier. So. Oh, shit, shit, shit. Naja, ob das wohl was wird, man weiß es nicht. 30 Sekunden fängt das Deathmatch an. Vielleicht können wir den schon irgendwo hier auflungern. 51 Blöcke. Ich glaube, ich würde mich jetzt wirklich so hart aufregen, wenn ich jetzt hier verga... Ich sehe. Oh, die Pfeile. Komm, jetzt so ein Delay. Hey, jetzt ist er noch willkommen, okay. Ich werde wahrscheinlich verlieren, aber... Weil einfach meine Legs so richtig real sind. Look it. Okay, haben wir die Runde gewonnen. Zwei ziemlich geile Runden, beides mal vier Kills. Ich hoffe, ich würde mich ultra-mega über ein Like freuen. Und hau da rein, bis zum nächsten Mal und tschau, Leute. Wir waren unter anderem nicht. Bis zum nächsten Mal direkt.